Hallo lieber Tracky, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf Track Welten und wir machen weiter mit der Tierlist. Das ist eine Liste, wo ich Folgen einer Serie bewerte von S wie super über A gut bis D nicht so meins. Ja, dann machen wir jetzt weiter und zwar haben wir angefangen mit Voyager Staffel 1 und wer zählen kann, der weiß, nach 1 kommt 2. Also machen wir jetzt mit Voyager Staffel 2 weiter. Ja und da geht es ja gleich auch schon interessant los und zwar mit die 37er. Mitten im All trifft die Voyager auf einen rostigen alten LKW aus den 30er Jahren der Erde und über das Radio empfangen die Crewmitglieder einen Notruf, der sie auf einen Planeten ganz in der Nähe führt. Dort entdecken sie weitere Gegenstände von der Erde und in einer Höhle Tiefschlafkammern mit 8 Menschen aus dem 20. Jahrhunderten, darunter Emilia Erhardt. Das finde ich natürlich ziemlich cool aus dieser Folge, weil Emilia Erhardt war ja diejenige, die die Erde mit dem Flugzeug umrunden wollte. Ja blöd, wurde halt von Aliens entführt. Ja, blöd gelaufen. Wir müssen mal ganz kurz über den Anfang reden dieser Folge, denn ich mag diese Folge eigentlich ganz gerne, hat aber eine große Schwäche. Und der Anfang ist auch ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, die fliegen durch den Delta Quadranten und finden so einen alten LKW. Und ich bin kein Techniker, ich habe jetzt auch nicht nachgeforscht, aber wenn das Ding jahrhundertelang da draußen rumschwebt und die holen das dann rein, kann wirklich noch das Radio funktionieren? Und vor allem geht die Karre wirklich noch an? Also ich frage mich das ernsthaft. Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich die Folge sehe. Aber ich habe nie recherchiert, also nie danach recherchiert und nie mal geprüft, ob sowas überhaupt möglich ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß das einer von euch, ob das realistisch ist. Aber der Anfang ist schon ein bisschen weird. Und dann kommt ja das Interessante mit dem Planeten, wo ja dann diese Tiefschlafkammern gefunden werden, mit den acht Menschen. Und die Geschichte ist interessant. Und ich mag es auch, dass man die Voyager gesehen hat, wie sie auf dem Planeten landet. Das war irgendwie auch cool. Die Folge hat einen großen Haken für mich, denn für mich ist zwar die Geschichte interessant und ich mochte auch die Idee, dass Menschen entführt wurden von Aliens und eine neue Kolonie gründen. Eine Stadt aufbauen. Vielleicht sich ähnlich entwickeln, wie wir Menschen hier auf der Erde. Und dann sieht man das nicht. Man sieht es in dieser Folge einfach nicht. Man hört dann oder kriegt dann mit, dass die mal in der Stadt waren und dann wieder zurück sind. Und oh, war alles ganz toll und schön und gut. Aber man sieht es nicht. Wenn man das ganze Geld natürlich dafür verpulvert, dass man die Voyager auf dem Planeten stehen sehen kann und dann keine Kohle mehr übrig hat, um die Stadt irgendwie darzustellen. Nicht mal irgendwelche Straßen der Stadt oder eine Panoramaaufnahme, die gezeichnet wurde, so wie man es damals ja auch gemacht hat. Nichts, oder? Ich glaube, man hat die Stadt gar nicht gesehen. Also ich habe die zumindest gerade nicht im Kopf. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das sowas gewesen wäre, was mich brennend interessiert hätte, wie diese Stadt aussieht. Und ich rede gerade viel zu viel über diese Folge. Wir müssen ja hier 26 Folgen durchkauen. Deshalb mache ich hier an der Stelle mal einen Cut. Was mir aber noch gut gefallen hat, war natürlich die Idee, dass man den Crewmitgliedern die Möglichkeit gegeben hat, dort zu bleiben. Ja, ich meine, die Reise nach Hause war zu der Zeit noch ungewiss. Und alle sind aber da geblieben. Ja, diese Szene, wo sie dann in den Frachtraum gehen und sie dann halt voll erleichtert ist, dass kein einziger auf dem Planeten bleiben möchte, dass die Reise dann fortgeht. Das war schön. Deshalb insgesamt eine gute Folge mit einem großen Haken mit der Stadt. Deshalb packe ich das mal auf B. Der Namenloser, ein Kazon-Schiff, greift Chakoti an. Der wollte sich für ein indianisches Ritual zu Ehren, Akuchemoya, seines verstorbenen Vaters zurückziehen. Chakoti gelingt es, den Angriff abzuwehren. An Bord des feindlichen Schiffes findet der Offizier einen Kazon-Ogla-Jungen. Dieser möchte sich seine Sporen verdienen, indem er Chakoti tötet. Und dann sind wir ja auf diesem Planeten dann mit diesen ganzen Fallen und so und freunden sich ja doch irgendwie so ein bisschen an. Absolut langweilige Folge für mich, muss ich sagen. Das liegt aber auch schlechtweg daran, jede Kazon-Folge bei mir, also wo es wirklich nur um die Kazon geht, die fällt bei mir so ein bisschen unten durch, weil ich mag die Kazon nicht. Ich habe es, glaube ich, in der Tierlist Staffel 1 Videogeschichte hier bestimmt auch schon so gesagt, sind für mich Klingonen auf Vish oder Temu bestellt. Ist einfach so, ich bleibe dabei. Ich kann gar nicht so viel zu der Folge sagen. Ich finde dieses ganze Setting mit den Kazon, die kommen mir so dumm vor. Und mag ich nicht. Und die Folge hat irgendwie, ich muss ja auch immer so ein bisschen an die anderen Folgen denken. Ich kenne ja Voyager. Ich kenne ja auch die anderen Folgen. Und so grob, was in Staffel 2 so für Folgen noch kommt. Deshalb muss ich die gemessen an dem, was noch kommt, auf D setzen. Ja, Folge 3, das Hodo-Syndrom. Das medizinische Notfallprogramm. Unser lieber Doktor aktiviert, äh, wurde aktiviert und der Hodo-Doktor materialisiert. Doch es ist niemand auf der Krankenstation. Die Crew hat die Voyager verlassen, weil sie von zwei Kazon-Schiffen angegriffen wurde. Da taucht ein Unbekannter auf der Station auf, der vom Hodo-Doktor verlangt, das Schiff zu zerstören. Stimmt, das war eine ganz coole Folge. Ich mag ja, also im Gegensatz zu den Kazonen, mag ich die Doktor-Folgen sehr gerne. Weil ich eben den Charakter sehr mag. Und das war eine interessante Folge. Ich muss jetzt ein bisschen in meinem Hirn kramen. Es ging ja auch darum, dass der Doktor irgendwie so eine komische Fehlfunktion hat, ne? Beziehungsweise, ja, hat er, oder hat sich noch ein Programm einverleibt? War das da schon? Ne, das mit den, nein, nein, das mit den Tagträumen kommt später. War eine ganz gute, ganz gute Geschichte. Ist ja auch alles wieder gut ausgegangen. Das Schiff wurde nicht zerstört, beziehungsweise der Dok hat sich nicht selbst zerstört. Ist eine solide BI-Folge. Übrigens, ich sehe gerade, ich habe das falsch betitelt. Da steht S1E1 und S1E3, S1 ist halt nicht Staffel 1, ist Staffel 2. Habe ich einen Fehler gemacht, aber ich korrigiere das jetzt nicht extra. Also, Elogium. Cass ist verzweifelt. Sie hat viel zu früh ihr Elogium bekommen. Oder Elogium? Ne, war Elogium, oder? Ihre Geschlechtsreife. Da sie als Ocampa nur einmal im Leben Mutter werden kann, soll sich nun Neelix dafür oder dagegen entscheiden. Unterdessen wird die Voyager von einem Schwarm von Tierchen angegriffen, die ihre ganze Energie raubt. Ah ja, genau, das waren diese zwei Geschichten in einem. Aber im Wesentlichen ging es ja um Cass und ihre Geschlechtsreife und überhaupt. Da kam ja raus, dass das ja quasi fake war. Und ging im Groben ja auch darum, dass Neelix sich nicht so sicher war, ob er Vater werden möchte. Das ist eine für mich ganz passable Lückenfüller-Folge, so eine typische Star Trek-Folge, wenn nichts gerade so mega Spannendes ansteht. Und, ähm, ich weiß nicht. Ich würde die jetzt mal auf C packen. Also sie war jetzt nichts Besonderes. Auch das mit den Viechern, die dem Schiff Energie rauben. Könnte auch B sein. Ich packe es mal auf C. Folge 5, der Zeitstrom. Kim ist mit den Nerven fertig. Er ist auf der Erde in San Francisco erwacht und arbeitet dort als Ingenieur. Die Voyager und ihre Besatzung scheinen nie existiert zu haben. Dann spürt Kim jedoch einen Alien auf. Ja, genau, der gute Nachrichten hat. Durch eine Kollision mit einem Raumschiff wurde das Raumzeitkontinuum verändert. Doch das kann rückgängig gemacht werden. Ja, das war die coole Folge. Man sieht es auch gerade hier unten, wo Kim da aufwacht. Quasi mit seiner Freundin an der Seite. Ah, es war eine ganz gute Folge. Die hat mir gefallen. Ich mag ja, also ich finde so diese Zeit, Zeitfolge, also, äh, Zeitreisefolgen oder alles, was so ähnlich ist, finde ich eigentlich generell immer ganz gut in Star Trek. Im Großen und Ganzen finde ich es okay. Ja, und die Folge, die fand ich irgendwie nett. Die war gut gemacht. Die war spannend und war mal was anderes irgendwie. Keine Ahnung, zumindest während Voyager lief zu der Zeit. Ich packe das mal auf A. Ich will jetzt nicht so lange um heißen Brei reden. Ist für mich eine A-Folge. Folge 6. Die Raumverzerrung. Cass feiert ihren zweiten Geburtstag. Da entdeckt die Crew der Voyager plötzlich eine ungewöhnliche Raumverzerrung, die das Schiff in einen schrecklichen Irrgarten verwandelt. Überall gibt es Verschiebungen und alle landen ständig woanders, als sie wollen. Und verantwortlich für die Wirren ist eine neugierige Lebensform, die sich einfach ins System geschaltet hat. Genau, das war ja das, wo die dann durch die Korridore rennen und ständig woanders sind. Die fand ich gut. Ich weiß nicht, die hat mir gefallen. Und ich mochte auch den Plottwist, dass das gar keine wirkliche Gefahr war, sondern eben ein völlig anderes Wesen, das versucht hat, irgendwie Kommunikation herzustellen oder eben neugierig ist und die Menschen erforschen möchte. Und das eben auf eine Art und Weise, die den Menschen völlig fremd ist, Angst macht. Ich würde aber mal, so vom Gefühl her würde ich sagen, es war für mich eine A-Folge. Der Höllenplanet. Die Voyager muss ihre Nahrungsvorräte ergänzen. Neelix und Paris werden dazu auf einen fremden Planeten geschickt. Dort müssen sie vor giftigen Dämpfen in einer Höhle flüchten. Es kommt zum Streit, Neelix verdächtigt Paris, eine Affäre mit Cass zu haben. Ah ja, genau, das war die Folge, wo die dann mit Spaghetti oder sowas zugeschmiert sind, vorm Käpt'n stehen und dann gemeinsam auf diese Mission müssen. Das war eine coole Folge. Ich weiß nicht, ich fand die witzig. Vor allem, weil dieser Konflikt, den gab es ja schon vorher. Da war ja vorher schon so ein bisschen zu spüren zwischen Neelix und Tom, wegen Cass. Und es wurde hier jetzt mal so ein bisschen ausgespielt. Fand ich gut. Also muss ich, glaube ich, gar nicht lange überlegen. Auch eine lockere A-Folge für mich. Rätselhafte Vision in Folge 6. Käpt'n Janeway bereitet sich auf ein Treffen mit den Butanern vor. Der Doktor schickt sie zur Entspannung aufs Ruderdeck. Dort lässt sie als Programm einen historischen Roman laufen. Plötzlich tauchen die Romanfiguren auch in der Realität auf. Jetzt muss ich meine grauen Gehirnzellen echt anstrengen. Die von den Visionen weiß ich noch. Ich weiß nur aktuell nicht mehr, wie es weiterging in der Folge. So, ich habe gerade nochmal nachgesehen. Stimmt, das war mit diesem einen komischen Typen, der von der Ferne irgendwie die Crew manipuliert. Und Cass kann das ja aufspüren. Und dann gibt es ja auch so eine Art mentalen Kampf zwischen Cass und dem. Ah, die war das ja. Ja, die war okay. Das ist sowas, ja, die guckt man sich an. Und es ist ja generell so, manchmal, wir bewerten ja so die Geschichten der Folge, oder ich bewerte die jetzt hier so. Nichtsdestotrotz, auch wenn Folgen nicht so stark sind, muss man jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, diese zwischenmenschlichen Dinger, die ja während den Folgen auch passieren. Oder die Charakterentwicklung im Allgemeinen, das Wordbuilding, Storyentwicklung, die findet ja trotzdem statt. Auch wenn die eigentliche Geschichte mal nicht ganz so stark ist und einem nicht ganz so gefällt. Muss man auch nochmal erwähnen an der Stelle. Aber, ja, wenn wir jetzt rein von der Geschichte ausgehen und von der Handlung und, ja, für mich eher so zäh. Tattoo. Chakoti und die anderen Besatzungsmitglieder suchen auf einem Planeten nach Antriebsmaterialen. Dabei stoßen sie auf einen Indianerstamm, der von der Störung durch die Erdlinge wenig begeistert ist. Doch Chakoti fühlt eine gewisse Verbundenheit mit dem Stamm. Erinnern ihn dessen typische Tätowierung doch an seines Vaters. Da geht es ja dann darum, dass die Indianer auf der Erde quasi ja was mit denen hier zu tun haben. Ist halt eine Chakoti-Folge. Finde ich nicht so gut. Da gibt es so ein paar Folgen, die so Chakoti-lastig sind und die begeistern mich alle nicht so. Im Vergleich mit den anderen Folgen oder mit vielen anderen Folgen. Muss ich leider auf D setzen. Ist nicht so meins. Dagegen Suspiria war mal wieder interessant, denn die Voyager stößt im All auf eine Raumstation mit einer Okampa-Kolonie. Janeway ist begeistert. Als sie erfährt, dass Suspiria, eine Fürsorgerin, die Station dorthin brachte. Der Käpt'n wittert eine Chance endlich nach Hause zu kommen. Dazu braucht sie Cass Hilfe, um zu Suspiria durchzudringen. Und die ist ja nicht ganz so nett als Fürsorger. Also einmal cool, dass Cass so auf andere Okampa trifft, die ja ein bisschen länger leben und die beschützt werden von Suspiria. Und auch so die, ah, dieser, ja, der Plot mit Suspiria war ganz cool gemacht. Auch, dass die Suspiria so als Kind dargestellt haben. Die Schauspielerin, die das gespielt hat, das Kind, die hat ihren Job auch ganz gut gemacht. Die hatte schon so das gewisse Etwas. Aber ich muss mich ja hier festlegen auf einen Buchstaben. Ich überlege nur gerade, wie gut ich die Folge fand. Ich überlege gerade, ob ich die nicht sogar auf S setze. Das mache ich nicht häufig, ne? Aber dadurch, dass der Fürsorger ja quasi das Übel der Ursprung der ganzen Geschichte ist und sie hier wieder auf einen neuen Fürsorger treffen, ist eigentlich schon ganz cool. Und die Folge war eigentlich gut gemacht. Auch die Story mit Cass und den Okampa. Doch, setzen wir mal auf S. Folge 11. Das Signal. Ein Signal von der Föderation. Die Besatzung der Voyager ist in Aufruhr. Besteht nun doch wieder Hoffnung, bald heimzukehren. Doch das Signal, er weist sich als Falle, als die Voyager ihm folgt, landet sie mitten in einem Angriff der Keisoner. Und Jacote erfährt eine überraschende Neuigkeit. Die Seska-Geschichte, wo Jacote ja aufbricht, ne? Und er dann gerettet werden muss. Ja, ja. Ist halt wieder eine Keison-Folge. Was soll ich sagen? Aber Seska ist ein interessanter Charakter. Keine Frage. Die wertet die Folge auf jeden Fall auf. Ist für mich aber trotzdem eher eine B-Folge. Die Resistance. Folge 12. Janeway, Tuvok, Neelix und Taurus werden auf einem Planeten von feindlichen Mokra überfallen. Janeway und Neelix können jedoch entkommen. Während Letztere die gefundenen Mineralien in Sicherheit bringt, kommt Janeway bei dem alten Kalem unter. Der hält den Käpt'n für seine lang verschollene Tochter, mit deren Hilfe er seine Frau aus dem Gefängnis befreien will. Ich würde die Folge insgesamt sofort auf D setzen, wäre da nicht der Plotwist. Die tragische Geschichte dahinter, die ich eigentlich mal ganz gut finde. Der Vater, der Janeway für die Tochter hält, ist super nervig. Vor allem in der deutschen Fassung mit der Stimme. Ich finde den viel zu aufgeregt, viel zu quirlig. Die Stimme ist super ätzend. Nervt mich. Der nervt mich die ganze Folge lang. Es tut mir wirklich leid. Das ist wirklich ein Charakter, der die Folge für mich komplett zerstört. Ich möchte es aber trotzdem auf C setzen, weil die Auflösung der Geschichte eigentlich ganz cool ist und auch tragisch, wie gerade schon gesagt. Mach mal auf C. Prototyp. Taurus erweckt einen kaputten Roboter wieder zum Leben. Der bittet sie darauf... Also ich schnaufe schon, weil ich weiß schon, was ich sagen will. Der bittet sie daraufhin darum, ihn zu seinem Schiff zurückzubringen und für ihn und seine Roboterkolonie ein Modul zu entwickeln, mit dem sie sich fortpflanzen können. Taurus lehnt ab. Das will Einheit 3947 nicht akzeptieren und entführt die Wissenschaftlerin. Genau, da geht es ja darum, diese Roboter. Da gibt es ja so zwei Fraktionen, die haben sich gegenseitig ausgelöscht. Die Roboter sind noch übrig und der Roboter sieht einfach doof aus. Das ist wie aus den, keine Ahnung, aus so den 40er, 50er Jahren entsprungener Roboter-Mensch, der, ich weiß nicht, aber die Geschichte, kommen wir mal ein bisschen zu der Geschichte zurück, die ist ja im Grunde ganz cool. Eine künstliche Intelligenz, die einfach weiterleben möchte und die sich reproduzieren möchte. Und man steht dann halt so, ja, Taurus steht dann eben so vor dem Dilemma, ob sie es machen soll oder nicht. Und noch schwieriger wird es dann, als sie erfährt, wie, ja, dass sie ihre Erschaffer quasi ausgelöscht haben. Also ich finde sie nicht ganz schlecht, ich finde sie nicht ganz gut. Doch, ja, was tue ich mich schwer? Es ist eine Mittelmaßfolge für mich. Und wie gesagt, die Roboter finde ich eher so ein bisschen lustig. Hä, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe geben, können die vielleicht ein bisschen moderner aussehen zu lassen. Dann packen wir mal auf B. Folge 14 Allianzen. Janeway will Frieden mit den Kazon, die die Voyager immer wieder bedrohen. Sie schickt Neelix los, der Verhandlungen führen soll, doch der wird gefangen genommen. Er kann mithilfe der Trape fliehen, die der Besatzung der Voyager eine Allianz anbieten. Janeway ist zunächst begeistert, doch die Trapes sind nicht, was sie zu sein scheinen. Das war eine ganz gute Folge. Die war solide. Auch wenn es eine Kazon-Folge ist. Aber das mit den Trape ist eine ganz coole Geschichte, dass die ja quasi in der Vergangenheit die Kazon unterjocht haben. Ähm, und nicht mehr an die Macht kommen sollten. War eine ganz gute Folge. Vielleicht keine S-Folge, aber eine gute Folge. Also A. Doch, die war gut. Die Schwelle. Die Schwelle, da müssen wir, wer Voyager kennt, wer die Folge kennt, der muss unweigerlich schmunzeln. Da bin ich mir sicher. Tom ist überglücklich. Er hat es als erstes geschafft, als erster geschafft, die magische Grenze von Swarp 10 zu überschreiten. Die ganze Besatzung freut sich mit ihm, denn nun scheint es möglich, in kürzester Zeit an jeden beliebigen Ort im Universum zu reisen. Doch dann machen sich bei Paris schreckliche Nebenwirkungen seines Abenteuers bemerkbar. Der mutiert ja dann quasi, entwickelt sich, glaube ich, auch zurück. Beziehungsweise, kürzen wir das Ganze ab, die coolste Stelle ist der Schluss, als er mit Janeway korporiert hat als prähistorisches Wesen. Das war ganz witzig und das ging auch so ein bisschen in die Geschichte ein. Ist zwar irgendwie unangenehm, aber irgendwie auch ganz witzig. Die Folge insgesamt war halt Mittelmaß und ich kann jetzt nicht besser bewerten, nur weil ich das Ende lustig finde. Ich muss ja schon irgendwie die Folge insgesamt bewerten und da war es für mich dann doch eher eine schwächere Folge. Fand ich nicht so interessant. Fack mal auf C. Gewalt. Ein Mord ist geschehen. Tuvok macht in Fähendrichs Suda schnell den Täter aus. Suda leugnet nicht, gibt aber auch keinen Grund für seine schreckliche Tat an. Also widersetzt sich Tuvok Janeways Anweisungen und führt eine Geistesverschmelzung mit Suda durch. Das hat schlimme Konsequenzen. Das ist eine fantastische Folge. Allein schon, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber den Schauspieler kennt man ja auch, der den Suda gespielt hat. Großartiger Schauspieler, der hat die Geschichte deutlich aufgewertet. Der kommt ja auch später nochmal vor. Schade, dass er so schnell sterben musste. Also relativ schnell. Den hätte ich, glaube ich, gern noch öfters mal gesehen. Ist eine sehr gute Folge. Die muss ich auf S packen, weil die Story auch so fantastisch interessant ist. Suda als Marquis-Mitglied, der eben nützlich war, dem Marquis nützlich war, weil er halt durch seine Ausbrüche eben effizient war, sagen wir es mal so, im Krieg gegen die Kadassiane oder im Kampf gegen die Kadassiane. Auf der anderen Seite auch ein super interessanter Charakter, weil er mordet, ohne eben einen Grund angeben zu können. Er ist halt ein Psychopath. Und damit umzugehen, ja, was man mit so einem macht und wie man den dann behandelt und welche, ja, wie auch immer. War eine super interessante Folge. Muss ich auf S packen. Der Flugkörper. Ich hab zu viel Mittelmaß hier drin. Vielleicht einer doch der etwas Schwächeren. Ich versuch immer in meinem Kopf so ein bisschen die anderen Folgen, also ich versuch mir die anderen Folgen ins Gedächtnis zu rufen. Und ich schwank grad zwischen B und entscheide mich aber für C. Todessehnsucht. Das ist die Geschichte. Die Untersuchung eines Kometen fördert interessantes zu Tage einen Q, der den Wunsch hat zu sterben. Brauchen wir gar nicht weiterlesen. Das ist ja, die Geschichte kennt man ja. Das ist der Q, der sterben möchte. Und unser Lieblings-Q, der kommt dann auch mal in der Folge vor. Und ein paar andere Gastauftritte ist eine super interessante Folge. Und die moralische Frage dahinter ist ebenso interessant wie fantastisch. Ich kann diese Folge nur auf S setzen, weil die sowohl von der Machart, mit den Schauspielern und eben auch mit dem Hintergrund, mit der Geschichte großartig ist. Das ist eine großartige Folge. Punkt. Lebensanzeichen. Wie die Janerin Danara oder Danara. Weiß nicht mehr, wie die ausgesprochen wird. Bringt das Leben an Bord der Voyager durcheinander. Besonders das von Doc. So haben die das hier geschrieben bei Telefon. Das vom Doktor. Denn der erstellt ein Hologramm von Danara, während er ihren kranken Körper behandelt. Daraufhin verliebt sich die Janerin in ihren Heiler. Das war eine schöne Folge. Das war eine zuckersüße, zum Teil auch traurige Folge. Die kann ich nur auf A packen. Ist eine schöne Folge. Vor allem, weil der Doktor da so, trotz dass er ein Hologramm ist, eben auch mal so eine Liebelei hat. Fand ich einfach nett. Packen wir auf A. Der Verräter. Nelix geht voll in seiner Bord-Fernsehshow-Briefing mit Nelix auf. Er will als Reporter alles aufdecken, was auf dem raum Schiff vor sich geht. Da kommt ihm ein Gerücht gerade recht. Angeblich will er ein Besatzungsmitgliederschiff verlassen. Nelix hat schnell Paris in Verdacht, der sich auffällig verhält. Ja, will er zu den Thalaxianern überlaufen. Das war ja die Geschichte, um Seska ausfindig zu machen. Ist auch einfach eine gute Folge. Und auch dieser Twist mit Paris, den fand ich immer ganz cool, weil man ja auch in den Folgen davor schon gemerkt hat, dass beispielsweise Paris nicht so richtig mit Chakotay warm wird. Ich denke, das wird einer der Gründe gewesen sein, um sich da ein bisschen Distanz zu halten. Er hat sich ja in der Folge absichtlich daneben benommen, damit keine Fragen aufkommen, wenn er dann sagt, er möchte das Schiff verlassen. War eine gute Folge. Fand ich sie S gut oder ich fand sie A gut? Die Verdoppelung. Die Voyage existiert zweimal. Durch ein Raumphänomen düsen zwei identische Raumschiffe in zwei Paralleluniversen durch die Galaxie. Doch die Energie reicht auf Dauer nur für eines der beiden, die durch einen Durchgang verbunden sind. Die beiden Captains beraten, was zu tun ist. Bekürzt und schmerzlos. Die habe ich sehr gemocht. Ich weiß nicht warum. Ich fand die sehr gut gemacht. Ich fand die... Oder finde... Ich sage immer fand. Ich rede immer in der Vergangenheitsform. Ich finde die aber auch heute noch gut. Pack mal auf S. Könnte auch A sein, aber so schon... Mit dem jetzigen Bauchgefühl her ist es eine S-Folge. Unschuld. Tuvok muss auf einem Planeten Not landen, der den drei Jahren heilig ist. Dort stößt er auf drei Kinder. Ah, die Geschichte mit den Kindern, die da ja sterben. Also weil die alt, keine Ahnung, geboren werden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Irgendwie ein bisschen eine alberne Geschichte. Die Nianer werden im Alter immer jünger. Also vielleicht werden die erst mal alt und dann wieder jung. Oder so. Keine Ahnung. Wird ja nicht genauer erklärt. Ist eine D-Folge für mich. Ich mag die nicht so. Brauche ich jetzt gar nicht lang drum herum reden. Dann haben wir 23, das Ultimatum. Die Voyager stößt auf die letzten Überlebenden eines Planeten. Diese hätten bereits vor vier Jahren aus ihrem künstlichen Tiefschlaf geweckt werden sollen. Torres und Kim lassen sich ebenfalls in Tiefschlaf versetzen, um herauszufinden, was nicht funktioniert hat. Jetzt muss ich gerade überlegen, welche Folge das ist. Ist das die, die ich denke? Ja, das ist die, die ich denke, die überspringe ich mittlerweile immer. Ich überspringe die Folge. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist eine absolute D-Folge. Und wenn es E gäbe, würde die auch auf F kommen. So. Ne. Da will ich gar nicht lange drüber reden. Ich finde die Folge einfach blöd und furchtbar. Toowix. So. Das mal zuerst. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Wenn es hier was über S gäbe, wäre das jetzt über S. Muss man auch ganz klar sagen. Toowix ist eine der schwierigsten, schönsten, schrecklichsten Folgen, die es im Voyager-Universum gibt. Eigentlich im Star Trek-Universum. Das ist eine ganz besondere Folge. Also das war ja die Geschichte. Boah. Ach so, jetzt kommt hier schon die nächste Folge-Entscheidungen. Okay, wir bleiben aber nochmal kurz bei Toowix. Ich habe mich gerade gewundert, weil jetzt hier eine andere Folge steht. Aber das ist, weil ich schon geklickt habe. Gedrückt habe. Also Toowix. Neelix und Tuwok werden ja verschmolzen wegen einer Pflanze. Und der Transporter setzt die dann zusammen. Und dann entsteht Toowix draus. So nennt er sich dann. Und lassen wir mal außen vor, dass das auch im Star Trek-Universum eigentlich überhaupt nicht passieren dürfte. Dass so ein Transporter sowas eigentlich verhindern sollte. Die ganzen Sicherheitsmechanismen. Ist die Figur mega, mega interessant. Der Schauspieler, dessen Namen ich natürlich auch nicht weiß. Ihr wisst, ich habe es nicht mit Namen. Ich gucke jetzt auch nicht nach. Aber der Schauspieler alleine hat diese Figur so brillant gespielt. Ich habe ihm abgenommen, dass es eine Mischung aus Toowok und Neelix ist. Und ich sage es auch immer wieder. Von mir aus hätten sie Neelix und Toowok, das ist jetzt böse, sterben lassen können und Toowix behalten. Ich fand den Charakter so cool, so interessant. Den hätte ich gern behalten. Ja, aber da war es ja so, dass Janeway den quasi umgebracht hat. Das Dilemma in der Folge ist ja, dass Toowix leben möchte. Und auch sogar, ja, und das ist so das Schwierige. Der sagt, glaube ich, auch während der Folge, der Toowoks, Toowok und der Neelix in mir, die sind damit einverstanden. Ich bin jetzt dieses Lebewesen. Der Unfall ist halt passiert. Aber ihr könnt mich jetzt nicht einfach wieder töten. Vielleicht wechsle ich da auch ab und zu meine Meinung. Momentan fühlt es sich so an, als ob die Entscheidung falsch gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich in der Vergangenheit schon gesagt habe. Ob ich da Stimmungsschwankungen habe und vielleicht auch mal die Meinung wechsle. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal so drüber nachdenke. Der Unfall ist passiert. Tragisch. Aber du kannst dann nicht einfach die neue Lebensform, die entstanden ist, wieder töten. Das kann man nicht bringen. Vor allem nicht als Sternflottenoffizier. Und ich weiß auch aus diversen Foren, Blogs, Videos, dass auch damals Kate Mulgrew, Jane Ray, nicht so mit dieser Folge oder mit den Konsequenzen dieser Folge einverstanden war, glaube ich. Ich glaube, sie war da nicht so begeistert von. Der Schauspieler von Toowoks habe ich letztens erst irgendwo aufgeschnappt. Der hat die Entscheidung verteidigt sogar. Ich hoffe hoffentlich jetzt kein gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite. Ich finde es schwierig und es hat auch irgendwie nicht zu Jane Ray gepasst. Ich kann verstehen, ja, machen wir es mal andersrum. Ich kann verstehen, dass man die zwei Figuren auch wieder zurückholen will. Also Nelix und Tuvok. Das waren halt die zwei geplanten Figuren für die Serie. Die sollen drin bleiben. Aber warum musste Jane Ray als Föderationsmitglied diejenige sein, als Sternflottencaptain, die so eine moralisch verwerfliche Entscheidung trifft? Man hätte es ja durchaus auch so deichseln können, dass vielleicht ein anderes Crewmitglied oder Cass sogar dafür sorgt, dass die dann wieder getrennt werden. Das wäre logischer gewesen. Aus meiner Sicht. Dass Jane Ray das durchgeführt hat, das stößt mir auch bis heute noch auf. Ja, alles in allem für mich trotzdem eine großartige Folge. Toller Schauspieler. Tolle Geschichte. Und eine ganz verzwickte Situation, die auch sehr viele Kontroversen ausgelöst hat in der Fanbase von Star Trek. Dann kommen wir hier zu Entscheidungen. 25, die vorletzte Folge dieser Staffel. Ein gefährlicher Virus befällt Jane Ray und Chakotay. Da die Krankheit nicht weiter um sich greift, werden die beiden auf dem Planeten zurückgelassen. Die Voyager setzt ihre Reise fort. Tuvok wendet sich an die Vidiana, um ein Heilmittel zu finden. Das ist auch eine großartige Folge. Jetzt keine S-Folge für mich. Glaube ich nicht. Aber die Geschichte mit Jane Ray und Chakotay auf dem Planeten, die fand ich halt einfach schön. Ja, so zwei Figuren, die eigentlich füreinander bestimmt sind, hat man auch so, ich finde auch, im Laufe der Staffeln hat man so das Gefühl, so Jane Ray und Chakotay sollten eigentlich zusammenkommen. Die gehören eigentlich zusammen. Aber sie machen es nicht. Sie gehen diesen Schritt ja nicht, weil sie eben Führungskräfte sind. Sie müssen die Professionalität bewahren. Es geht halt einfach vor. Also die Crew nach Hause zu bringen geht vor. Da muss man eben mit anderen Dingen zurückstecken. Das ist das Los eines Käpt'ns. Und vielleicht auch hier des ersten Offiziers. Und auf dem Planeten, da kommen die sich halt näher. Vertrauen sich mehr an und schließen dann eigentlich auch mit dem Thema ab und nehmen das hin, dass sie jetzt auf diesem Planeten gestrandet sind und sich hier einfach ein schönes Leben machen. Aber dann halt doch nicht. Ist eine schöne Folge. Ich mag die. Und pack das auf A. Jetzt hoffe ich, dass Folge 26 keine A-Folge ist, weil ich habe keinen Platz mehr. Kampf ums Dasein Teil 1. Siska lockt die Besatzung der Voyager mit einem Notruf in die Falle. Durch einen Trick entern die Kaeson das Schiff und setzen die Mannschaft auf einen Planeten im Hanon-System aus. Nur in dem holographischen Doktor. Und Suda gelingt es, sich auf der Voyager zu verstecken. Hier haben wir einmal die Kaeson, die das Ganze für mich wieder drücken. Ich mag die Kaeson nicht. Aber auf der anderen Seite ist Suda und ein Doktor, die das Ruder rumreißen. Jetzt muss ich gerade überlegen, Teil 1. Ich weiß gar nicht, wo Teil 1 endet und Teil 2. Ich glaube, den ersten Teil fand ich noch cooler als dann den zweiten in der nächsten Staffel. Könnte eine A-Folge sein. Aber so insgesamt war mir das doch so ein bisschen zu billig. Ja, wir erobern jetzt die Voyager und setzen euch auf den Planeten ab und dann wird das Schiff halt zurückerobert, was ja dann von vornherein klar ist, dass die Voyager auch wieder zurückerobert wird. Dieses, das Skript war mir ein bisschen zu platt. Zum Glück kommt nicht auf A, weil ich da eh keinen Platz mehr habe. Aber sie ist nicht, diese Doppelfolge ist aber auch nicht schlecht. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Packt man, glaube ich, auf B. Ja. So. Und damit haben wir alle 26. Das war's. So schnell kann es gehen. Ja, bei 1, 2, 3 Folgen musste ich nochmal kurz nachlesen, was das überhaupt für eine Folge war. Weil die Beschreibung einfach ein bisschen zu kurz war. Ja, damit haben wir hier eine schöne Aufteilung. Also, wir können ja gerade nochmal Estir angucken. Suspiria, Gewalt, Todessehnsucht, die Verdoppelung und Tovix. Ja, das passt. Das sind meine absoluten Favoriten aus dieser Staffel. Und die schlimmsten sind der namenlose Tattoo, Unschuld und das Ultimatum. Und damit kann ich mich identifizieren. Damit bin ich fein. Wenn ihr das anders seht, ist das überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur meine Meinung. Das sind meine Lieblinge, meine Hassfolgen. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was für eure Lieblingsfolgen sind. Oder welche ihr überhaupt nicht mögt aus der zweiten Staffel. Würde mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und vor allem auch bei Staffel 3. Bis dann. Lebt lang und knackig. Wir sehen uns beim nächsten Mal.